Alles gut, ähm, wenn da ein Kerko-Demon kommt, dann kann ich ihn nämlich aus guter Entfernung nämlich schon mal abknallen. Verstehst, was ich meine? Ja. Außer wenn er gerade direkt vor meinem Gesicht auftaucht. Und dann mitten im Raum erscheint. Die Drecksor. Ist weg. Nein. Geh nicht auf den Teleporter. Okay, geh nicht auf den Teleporter. Jetzt bin ich weg. So. Wo sind wir denn hier? Hm, 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 hm. Da ist ein BFG oder komme ich nicht hin? Bist nicht in der Nähe von einem Teleporter, oder? Geh weg, 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 weg. Wo soll ich denn hingehen? Ja, genau. Hm. Wenn jemand da drunter gehen würde. Ah, jetzt drunter. Ja, weil ich gerade drückt habe. Da wäre eine Facecam gerade, glaube ich, Gold wert gewesen. Was für den Kacko-Demon bist du gestorben? Ja, weil der genau vor meinem Gesicht stand und dann, boah, weg war ich. Ich überlege gerade, wie ich an dem Hell Knight vorbeikomme. Ich bin auch noch da. Ich habe nämlich nur einen Schuss mit der Shotgun. Ja, ich gehe mal weg. Ach nee, warte mal, ich kann. Super, und da ist Munition. Kommt der her? Kommt der her? Äh, sie. Ja. Ja, ich muss aufpassen. Ich habe einen Schuss, aber ich will dich jetzt nicht killen. Die Erde gemacht hat, meinst du? Genau. So. Boah, das wird jetzt verdammt episch, hey. Wenn ich den... Ah, ich kann ihn an ihm vorbeirennen. Kannst du von behind, kannst du ihn treffen. Ich nehme schnell die... rote Schlüsselkarte und killen jetzt von hier... oder er mich. Nein, er hat mich gekillt. Aber bleib am Leben. Du hast doch noch die rote Schlüsselkarte, oder? Äh, ja. Jetzt nicht mehr. Ah, ja. Ich habe es gesehen, warum. Ich glaube, wir haben ein dezentes Problem. Ich glaube auch. Mhm. Halt, jetzt habe ich, glaube ich, was rausgefunden. Ja. Bis ich jetzt das Ding finde. Aber ich habe zumindest in einem Schuss noch neijagen können, bevor ich heldenhaft in der Lava geschmolzen bin. Durchschmolzen. Wie ein Eis. Ja. Boah. Scheiß Arschloch. Aber ich habe hier was anderes gesehen. Wenn ich so gehe... Äh, wo ist der... Cyberteamman hin? Der war doch da noch. Ich höre ihn hier rumlaufen. Du machst mir gerade sehr viel Mut. Ich höre... Da ist rote Schlüsselkarte. Oh, oh. Der ist... Wo ist der? Ach, da hinten ist er. Ja, aber wie... Kriegen wir den jetzt? Super, ich habe zwei Raketen. Der schießt zu mir. Dann kannst du bearbeiten. Was hast du gesagt? Wohin tut er schießen? Also, er hat erst gerade auf mich geschossen. Hm. Habe ich gemerkt. Dass ich... Also, er ist die Rakete kurz vor meinem Tod noch fliegen sah. Ja, der ist... Der ist ganz da hinten. Okay. Was hat er da? Aber er schießt gerade wie ein Irrer. Gerade er schießt, er schießt. Ich überlege gerade, ob ich in einer... Ne, ne, ne. Ich springe jetzt nicht in den Teleporter, da bin ich weg. Ja, dann tauche ich genau vor ihm auf. Echt? Ausprobieren. Ne. Ja, bist du weg vom Teleporter? Rote Schlüsselkarte. Bam. Warte mal, du hast gesagt rote Schlüsselkarte. Nein. Ah, weil ich hätte jetzt nämlich eine Tür geöffnet. Aber ich glaube, die... Weißt du, da wo... Die vielen Teleporter sind. Auf der Plattform. Okay. Sie sterben? Ja, ich hole es aber nochmal. Bin ja... Der... Schlüsselkartenholer. Das ist schön. Muss ich das nicht machen. So. Das fieh ich weg. Die rote Schlüsselkarte holst du wieder, oder? Fordere dein Glück nicht raus. Was habe ich vorher noch gesagt? Fordere dein Glück nicht raus. Was habe ich gemacht? Ist er gestorben? Nein, aber ich... Bin gerade in... Bin gerade zerfetzt worden von der Rakete. Das wird... Ich glaube, das wird bestimmt eine Folge nur der Kampf gegen den Cyberdemon. Ja, ich denke... Was macht da... Was macht da ein scheiß Pinky hier? Was zum Geier macht hier ein Pinky? Der hat ja gar nichts verloren hier. Ja, scheiße. Ich höre dich schon. Wo war gleich wieder die rote Schlüsselkarte eigentlich? Ich wollte sagen. Du bist tot. Äh, nein. Ich versuche einen Cyberdemon noch mit der Showfinte. Aus Entfernung. Wow. Ich würde da lachen, wenn der jetzt hat... Mit den Pistolenschüssen draufgehen wird. Ach so, der... So. Ich bin... Hast du? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Weil irgendwas... Habe ich aktiviert, aber... Ich kriege die... BFG einfach nicht. Ach so, ich habe jetzt nur die Dinger... Doch. Klar. Ich habe die BFG, Motherfucker. Jetzt komm her. Ich bin gestorben. Hm. Aber jetzt weiß ich, wie ich zur BFG... Äh... BFG komme. Jetzt hat er... Jetzt hat er verloren. Aber sowas von... Meinst du? Ja. Jetzt hole ich nochmal die... BFG. Wo rennt er hin? Please don't... Hm. Rennt er immer noch rum? Keine Ahnung, und ich finde... Durch seinen Rakettenschuss gestorben. Ja, weil darum bin ich nämlich... Aus der Deckung gesprungen... Wollten mit der BFG... Äh... Abschießen. Und das Ding hat gar nichts gebracht. Und ich... Glaub's zumindestens nicht. Ich nehme halt trotzdem die gelbe Schlüsselkarte. Wir sterben gerade echt dauernd. Hast du gehört, dass ich gestorben bin? Ja. Ja. Hm. Kann natürlich nicht sein, weil ich nicht gestorben bin, natürlich. Kannst du... Er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Ding, down, the witch is dead. Oh, da ist der Exit. Dann geh ich mal hin, oder? Äh, ja. Boah, wie lang... Jetzt bin ich mal gespannt, wie oft sind wir draufgegangen. Es geht aber. Ja. Wo bist du? Ach, bist du woanders, oder was? Als ich. Kann nicht nett sein. Doch, du bist wo ganz anders wie ich. Ja, ich hab dich nämlich gerade gesehen. Boah, da sind wir... Da sind wir zu viele Ims, hey. Brauche ich einen roten Schlüssel. Hast du gerade die Ims eliminiert? Hm. Nice. Gar nicht gut. Bin eh fast tot. Muss ja fast einen 360 machen. Nur um sicher zu gehen, dass ich mich angriffen werde. Du kiss mich nicht. Ach nee, da ist ein Hell Knight. Ja, genau. Und ein normaler Soldat macht mich platt. Alles klar, habt ihr schon recht. Ja, ich hab' hier irgendwo blau. Ich bin auch gestorben. Ich bin hier irgendwo blau. Platz. Ich hab' Da komm' hier nicht hin. Ah. Ach Gott, hier ist es. Ja, da werden wir schon einen Weg rausfinden. Ja, du kommst mal gerade recht. So. Winner. Will ich jetzt uns gerade nicht unbedingt betiteln. Nicht? Momentan gerade nicht. Nein. Nicht wirklich. Also. Fass mir zusammen. Wir haben noch keinen einzigen Schlüssel. Doch, doch. Ich nicht. Natürlich superwichtig, die Kettensäge zu haben. Natürlich. Hä? Was? Ich hab' mich da gerade abgeschossen. Hm, keine Ahnung. Die zigtausend Gegner wahrscheinlich da unten. Ne, ich schau' gerade nur auf der... Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin... Ah, okay. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Es war nur einer. Und ein Kekodemon draußen. Aber ich habe... Ich habe... Scheiße, ich dachte, ich hätte einen Raketenwerfer. Ah, da braucht man eine blaue... ...Schlüsselkarte. Ach so, blaue hast du. Wieso? Äh, ja, 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 und dann gleich rechts, wenn es reinkommt. Und... Da hinten ist eine Tür, also hier, die geht auf, wenn du eine blaue Karte hast. Und hinein. Bist du weg? Ja, ich habe eine gelbe aufgenommen. Baust nicht da rein. Ach so, das war nur der Raum hier. Geh rein. Ist weg. Ja. Mach mal die Tür auf, ich komm dann den Durchgang hier auf. War da nicht hier hinten der Durchgang? Nein. Wo war da gelb? Oder war da die Tür, wo du grad reingegangen bist? Das Problem ist Shit. Also. Jetzt hab ich für den Moment grad Bedenken gehabt. Irgendwas ist aufgangen. Hm.